Tja, Otto, ich lese Ihnen das am besten mal vor. Aufgrund mangelnden Fleißes und starker Ablenkung durch außerschulische Interessen sind trotz vorhandener Begabung Ottos Leistungen derart gesunken, dass die Versetzung in die zehnte Klasse sehr in Frage gestellt ist. Gibt's in meiner Klasse Schwierigkeiten? Nein. Alles geht seinen Gang. Sie haben ihre Interessen. Es klaut keiner. Die Jungs prügeln sich nicht mehr. Die Mädchen haben doch keine Kinder. Die Disziplin ist nicht schlecht. Man müsste mal rauskriegen, woran das überhaupt liegt, ob du glücklich bist oder nicht. Was das überhaupt ist? Sitz von morgen früh noch hier. Machen wir eine Matte oder nicht? Physik 4, Mathe 4, Russisch 5. Sport 2, Deutsch 2, Erdkunde 2. Noch classic. So. Sarge. Die Hemmär palsy. Ar viens. Das ist ein Mal. Sitz. St�, Lappen. Spaß hat dich,obiaß zu ermöglichen. Erdkunde 2, Leu-7o Green Battlefield. Vielen Dank.